Freundinnen und Freunde der Astrologie, im September stehen Heiler Planet Chiron und die wilde Lilith im Fokus. Wir haben außergewöhnliche Aspekte, um Herausforderungen zu meistern, unseren Horizont zu erweitern und ungewöhnliche Ideen zu manifestieren. Die Konstellationen versprechen außerdem romantische und leidenschaftliche Momente. Der September ist auch der Monat der Herbsttag- und Nachtgleiche, einer der vier wichtigen Kardinalpunkte des Jahreskreises. Und Ende des Monats wird der Merkur rückläufig. Es gibt also einiges zu besprechen. Darum und wie sich das Ganze für die 12 Sternzeichen auswirkt, geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Konstellationen im September und den Tendenzen für die 12 Sternzeichen. Die Timecodes für alle Themen und natürlich auch euer jeweiliges Tierkreiszeichen findet ihr unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise beim Podcast in den Shownotes unter dem Horoskope-Shop. Der September wird ein komplexer Monat mit außergewöhnlichen Aspekten, bei denen Heiler Planet Chiron, die wilde Lilith und Saturn als Kraft der Manifestation sich verbinden. Das bedeutet, ungewöhnliche Menschen und ihre Ideen lösen starke Gefühle aus, verbunden mit der Chance auf Integration und Heilung. Das ist das Besondere. Das wollen wir uns gleich näher anschauen und die Konstellationen durchgehen. Anschließend kommt dann der Teil mit den 12 Sternzeichen. Aber beginnen möchte ich jetzt mit Neuigkeiten und Geschenken. Neu ist mein Service, dass es das Skript zu diesem Video zum Download gibt. Da könnt ihr die hier besprochenen Aspekte nochmal nachlesen und ihr findet dort auch eine Liste mit den wichtigsten Planetendaten. Auch die Texte zu eurem jeweiligen Sternzeichen stehen euch zur Verfügung und darüber hinaus noch mehr Dossiers zu wichtigen Themen, die hier immer wieder Erwähnung finden. Die Links dazu setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Eine ganz wichtige Neuigkeit ist, dass ich nun endlich wieder Astrologiekurse starten werde und zwar in Verbindung und als Ergänzung zu den Kursen von Christoph Niederwieser. Darauf freue ich mich sehr. In meinem Kurs im Herbst wird es um Aspekte und Transite gehen und damit habt ihr den Zugang zur Welt der Partnerschaftsastrologie und der Prognose. Ihr könnt den Kurs jetzt schon mit Frühbucherrabatt reservieren. Mehr dazu erzähle ich euch am Ende dieses Videos im Service-Teil. Den habe ich auch unten in den Timecodes verlinkt. Und jetzt gibt es Geschenke. Hier ist erstmal die Gewinnerin aus der Verlosung vom letzten Monat. Ein persönliches Partnerhoroskop geht an Milchu. Du hast geschrieben, du bist Fische und hast einen Löwen kennengelernt. Da passt doch jetzt das Partnerhoroskop. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreib mir eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse mit den Geburtsdaten von dir und deinem Löwen. Dann schicken wir dir das PDF zu. Und weil es ja schon so ganz langsam auf das Jahresende zugeht, verlose ich in diesem Video eine individuelle Jahresvorschau und die gilt dann für die kommenden zwölf Monate. Und die Infos, wie ihr an der Verlosung teilnehmt, gibt es nachher im Service-Teil. Hier noch ein kleiner Tipp. Noch bis Ende August gibt es auf die Jahresvorschau als PDF auch noch einen tollen Rabatt von 40 Prozent für euch. Den Gutscheincode SOMMER21 und den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir uns die kosmischen Energien des Septembers näher anschauen. Das Motiv hier habe ich auch für den Antonias Sterne-Kalender verwendet. Der Regenbogen geht in den Sternenhimmel über als Sinnbild für die Herbst-Tag- und Nachtgleiche am 22. September. Das ist einer der vier superwichtigen Kardinalpunkte im Jahreskreis, wenn die Zeit der Waage beginnt. Mehr dazu gleich. Jetzt gehen wir die Konstellationen in der zeitlichen Reihenfolge durch und beginnen mit dem Horoskop vom 1. September. Der Monat startet mit den Vitalkräften von Sonne und Mars in der Jungfrau. Das ist günstig für alle Aktivitäten, die unsere Gesundheit fördern und auch um sich für die Umwelt zu engagieren. Die Jungfrauzeit ist auch immer gut, um sich und seine Umgebung zu sortieren und aufzuräumen. Vom 30. August bis zum 5. September bildet der Mars einen Aspekt zu Neptun. Mit so einem Aspekt möchte man gerne helfen oder jemanden oder vielleicht auch die ganze Welt retten. Da ist es wichtig, dass man sich auf eine gute Aufgabe konzentriert, bei der man wirklich was bewirken kann, denn sonst kann diese Konstellation auch frustrierend oder anstrengend wirken. Positiv ist, Merkur und Venus stehen auch in der Waage und wir verspüren von daher auch Lust, uns in der Gemeinschaft oder in unseren persönlichen Beziehungen zu engagieren. Insofern kann das eine gute Kombination sein. Apropos Beziehungen. Vom 20. August bis zum 20. September beeinflusst die Wilde Lilith ganz stark unser Beziehungs- und Liebesleben, weil sie sich nämlich hier mit Schicksalsanzeiger Mondknoten verbindet. Das heißt, es treten nun neue Menschen ins Leben oder wir interessieren uns für Beziehungen, die ungewöhnlich, authentisch, herausfordernd und auch aufwühlend sind. Es kommen Themen zur Sprache, die uns nicht kalt lassen. Auch die weltweiten Nachrichten können dazu beitragen, dass Themen rund um Frauen, Gleichberechtigung, Genderfragen und politische Gerechtigkeit stark in den Fokus rücken. Da müssen wir dann wieder aufpassen, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir in unserem eigenen Leben bewältigen und verändern können. Denn wenn wir uns zu sehr in Geschehnisse verwickeln lassen, die wir nicht beeinflussen können, kann das zu großer Erschöpfung und Frustration führen. Wenn wir aber unsere Energie dort einsetzen, wo sie auch wirklich was bewirken kann, können wir gerade in diesem Monat und noch bis in den Oktober hinein große Erfolgserlebnisse erzielen und dadurch auch Impulse setzen, die dann auch weitere Kreise ziehen. Zwischen dem 3. und 7. September hat die Venus einen großen Auftritt. Da bildet sie nämlich besondere Finanzaspekte zu Jupiter und zu Pluto. Und zwar sind das gleichzeitig Krisen- und Erfolgsaspekte. Da muss man dann die Nerven behalten, wenn man an einer wichtigen Sache dran ist, denn Jupiter verspricht, dass es zu einem günstigen Abschluss kommen kann. Ähnliches gilt auch in Beziehungen. Da können unsere Werte auf dem Prüfstand stehen und es lohnt sich, um einen guten Kompromiss zu ringen und nicht vorzeitig aufzugeben. In der gleichen Zeit haben wir außerdem einen super wichtigen Aspekt mit Chiron und der weist in eine ähnliche Richtung. Es geht darum, in Gesprächen ehrlich und authentisch zu sein und trotzdem Heilung anzustreben. Also man muss sich da möglicherweise mal was von der Seele reden. Und wenn das mit Verständnis und Respekt passiert, ist dadurch Heilung oder Versöhnung möglich. Das ist insofern super wichtig, weil sich dieser Aspekt im Oktober nochmal wiederholen wird. Denn Merkur wird am 27. September rückläufig, kehrt an die gleiche Stelle zurück und bringt diese Themen dann wieder auf den Tisch. Es kann also sein, dass jetzt Anfang September ein großer Transformationsprozess in Gang kommt, der letztendlich bis Ende Oktober dauert. Deshalb ist es sehr wichtig, sich bei Grundsatzdiskussionen um Klarheit und Respekt zu bemühen. Denn es kann wirklich etwas erreicht werden. In der Nacht zum 7. September um 2.51 Uhr ist Neumond in der Jungfrau. Das ist eine ganz tolle Konstellation, denn der Neumond steht in einem exakten Harmonieaspekt zu Uranus und hat von daher eine stark innovative Kraft. Weil das Ganze in den Erdzeichen Stier und Jungfrau stattfindet, ist ein Durchbruch möglich, der zu vernünftigen und pragmatischen Lösungen führt. Das kann auch auf der Ebene der Heilung geschehen, denn im Zeichen Jungfrau geht es immer auch um Heilung von Gesundheits- und Umweltthemen. Weil Chiron als moderner Herrscher der Jungfrau gilt und gleichzeitig aktiviert ist, kann mit diesem Neumond sogar der Grundstein zu einem größeren Durchbruch gelegt werden. Auf der persönlichen Ebene könnt ihr das verstärken, indem ihr ein entsprechendes Neumondritual durchführt. An diesem Neumond wird nämlich auch der Mars einen machtvollen Aspekt zu Pluto bilden und den kann man als Energiequelle nutzen, um Wünsche ans Universum abzusenden. Und gleichzeitig haben wir eben dieses Dreieck zwischen Saturn, Merkur und hier Lilith mit dem Mondknoten. Ich sehe darin Kräfte der Integration und Manifestation und wichtige Impulse können dabei von Außenseitern oder unterdrückten Minderheiten und deren Stimmen ausgehen. Für die Herzensebene ist das ebenfalls ein sehr interessantes Dreieck. Wenn ihr beispielsweise eine Beziehung zu einer außergewöhnlichen Person begonnen habt, könnt ihr euch zu Neumond vornehmen, sie nun im Kreis eurer Familie oder Freunde vorzustellen und zu integrieren. Und dieses Dreieck erhält den ganzen Monat über immer wieder neue kosmische Energie. Mehr Anregungen für die Neumondthemen gebe ich euch auch gleich noch in den Sternzeichenhoroskopen. Und zu den Ideen, wie man ein persönliches Ritual gestalten kann, gibt es auch ein PDF-Dossier. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Am 10. September spätabends wandert die Venus in den Skorpion. Das ist dann für die folgenden drei Wochen eine ganz neue Energie. Aus der freundlichen beziehungsfördernden Waage in den leidenschaftlichen, aber eher verschlossenen Skorpion. Das bedeutet, in der Liebe können Gefühle der Eifersucht hochkommen und man neigt dazu, etwas besitzergreifend zu werden. Angenehm ist diese Phase sicherlich für alle, die frisch verliebt sind oder eine schöne und enge Beziehung führen, denn die Venus im Skorpion fördert Erotik, Sinnlichkeit und Tiefe in Partnerschaften. In komplizierten oder ungeklärten Beziehungen ist allerdings die Gefahr gegeben, sich zu verstricken und tiefer in eine Situation hineinzurutschen, die man eigentlich gar nicht wollte. Das wird möglicherweise noch gefördert, weil zeitgleich die Sonne in der Jungfrau hier eine Opposition zu Neptun bildet, also so ein Frontalaspekt und das zwischen dem 10. und 15. September. Das ist romantisch, aber auch rätselhaft und kann dazu führen, dass wir Situationen nicht richtig einschätzen. In diesen Tagen sollte man besonders vorsichtig und gleichzeitig einfühlsam sein, sich aber nicht zu einer Entscheidung drängen lassen. Am 15. September geht der Mars in die Waage und das ist ein wichtiger Energiewechsel. Dann steht der Kampfplanet für die nächsten sechs Wochen ehrlicherweise nicht allzu günstig. Er ist gezwungen, diplomatische Umwege zu nehmen, statt direkt zu kämpfen und sich durchzusetzen, was ihm aber gar nicht liegt. Psychologisch kann diese Energie dazu führen, dass wir zur Manipulation neigen, weil wir uns nicht trauen, in die offene Konfrontation zu gehen oder dass wir uns übermäßig anpassen und unser Bedürfnis nach Durchsetzung so lange unterdrücken, bis wir entweder wütend explodieren oder uns schmollend zurückziehen, je nachdem welcher Typ wir sind. Das hat dann auch wieder damit zu tun, wie der Mars im persönlichen Geburtshoroskop steht. In diesem Zusammenhang möchte ich euch noch mal die hilfreiche 90-Sekunden-Regel ans Herz legen. Eine Methode, sich in Situationen von Wut und Zorn zu zentrieren und in der eigenen Mitte zu bleiben. Findet ihr auch als PDF-Dossier auf meiner Homepage. Mein Tipp wäre, in der Zeit vom 10. September bis 5. Oktober besonders rücksichtsvoll und ehrlich miteinander zu kommunizieren. Man sollte vermeiden, Gefühle aufzustauen oder Erwartungsdruck aufzubauen, ohne auszusprechen, was einen bewegt. Sehr schwierig während dieser drei Wochen sind auch Dreieckssituationen, die ungeklärt sind oder Fremdflirten, was Partner oder Partnerin Anlass zur Eifersucht geben könnte. Denn die Aspekte zeigen, dass es sogar zu einer Trennung kommen kann, wenn wir nicht achtsam mit unseren Beziehungen umgehen. Aber es gibt gleichzeitig auch kosmische Geschenke, die uns dabei helfen, Krisensituationen in Chancen zu verwandeln. Und das geschieht wahrscheinlich durch wichtige Menschen, die dann in unser Leben treten oder uns wertvolle Hinweise geben und zur Heilung einer Situation beitragen können. So kann der September ein guter Monat sein, wenn ihr schon immer mal überlegt hattet, eine Beziehungstherapie zu beginnen. Und ihr findet eine tolle Therapeutin oder einen Therapeuten. Es kann sich auch herausstellen, dass ein Fremdflirt letztlich dazu führt, dass euch klar wird, wie wichtig euch doch die bestehende Beziehung ist. Möglich auch, dass ihr Leute kennenlernt, weil ihr euch zum Beispiel politisch oder gesellschaftlich engagiert. Und das beeinflusst auch persönliche Situation nachhaltig und konstruktiv. Oder ihr traut euch, endlich mal ein Problem anzusprechen, das euch schon lange vor der Brust lag. Auch wenn es zuerst unangenehm ist, kann es dann zur Klärung und Heilung führen. Und wenn ihr alleinstehend seid und Beziehungsthemen zurzeit nicht so im Fokus habt, dann ist das eine Zeit, um an der Manifestation von Herzensprojekten zu arbeiten und zuzulassen, dass Ideen und Inspirationen anderer Menschen euch dabei positiv beeinflussen. Das kann auch durch Bücher, Podcasts oder Videos interessanter Menschen mit bewegenden Themen geschehen. In der Nacht zum 21. September um 1.54 Uhr ist Vollmond in den Fischen. Es ist ein Vollmond der Heilung und der Inspiration, auch der selbstlosen Hilfe. Voraussetzung ist, dass wir die Zeit vorher, insbesondere den Neumond, genutzt haben, um uns zu sortieren und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist und was wir selbst beeinflussen können. Und falls wir noch verwirrt sein sollten, können wir natürlich auch in einem Ritual genau darum bitten, dass wir klarer Sehen und Inspirationen dazu erhalten, auf welche Menschen oder Projekte wir unsere Hilfsbereitschaft und unseren Einsatz lenken wollen. Am 22. September um 21.21 Uhr ist Herbst Tag und Nacht gleiche. Dann ist Herbst Anfang, Tag und Nacht sind genau gleich lang und danach werden die Nächte länger und die Tage kürzer bis zur Wintersonnenwende. Und das ist der Moment, an dem die Waagesaison beginnt. Zeit des Miteinanders, des Teilens und der Beziehungen. Die Sonne in der Waage erhöht dann nochmal die Energie, die in Beziehungsangelegenheiten geht und es bleibt weiterhin wichtig, dass wir uns mit den Partnerschaftsthemen auseinandersetzen, die nun anliegen. Falls ihr mit Ritualen arbeitet und etwas Besonderes zur Herbsttag- und Nachtgleiche machen möchtet, bietet es sich an, um Klärung und Harmonie in euren Beziehungen zu bitten oder um Einsichten darüber, was ihr euch in eurer Beziehung wünscht oder wie euer Traumpartner aussehen sollte. Was ihr nicht machen solltet, sind manipulative Wünsche, zum Beispiel, dass jemand sich doch bitte von seinem Partner trennen sollte, um dann für euch frei zu werden. Das würde nach hinten losgehen, denn ihr wisst ja nicht, was der Seelenplan der anderen beteiligten Personen ist. Wie gesagt, die Konstellationen sind bis zum 5. Oktober komplex und herausfordernd. Positive und schwierige Einflüsse durchdringen sich. Deshalb ist es sehr wichtig, sich immer wieder für eine neue Perspektive zu öffnen und zu versuchen, auch den Standpunkt anderer Menschen zu verstehen. Am 27. September wird der Merkur rückläufig und das, während er gleichzeitig Aspekte zu Glücksplanet Jupiter und Machtplanet Pluto bildet. Dadurch ziehen sich diese Aspekte hin, insgesamt vom 17. September bis zum 15. Oktober und während der gesamten Zeit müssen wir darauf achten, uns nicht gegenseitig mit Worten zu verletzen. Wenn wir in die Jupiterkraft gehen und einander immer wieder anerkennen und die größere Perspektive sehen, kommen wir am besten mit diesen Aspekten zurecht. Die Rückläufigkeit Merkurs dauert insgesamt bis zum 18. Oktober. In dieser Zeit müssen wir damit rechnen, dass es zu Missverständnissen und Planänderungen kommt und zwar vor allem in Bezug auf Beziehungen. Da ist es gut, wenn wir versuchen, tolerant zu bleiben und nicht alles gleich persönlich zu nehmen. Zum Beispiel kann es passieren, dass eine Verabredung platzt, aber nicht, weil es jemand böse meint, sondern weil die Person ihr Handy vergessen hat oder weil bei der Verabredung ein Missverständnis aufgetreten war. Sucht also immer erst mal nach ganz simplen Erklärungen, falls eine Situation verwickelt erscheint und geht davon aus, dass die meisten Menschen es gut meinen. Das ist die Botschaft des günstigen Jupiteraspekts. Schön ist auch, dass der Monat mit einem Harmonieaspekt zwischen Liebesgöttin Venus und dem sanften Neptun ausklingt. Das bedeutet, Romantik und Versöhnung liegen in der Luft. Das waren meine Gedanken zu den Aspekten im September. Und jetzt kommen für euch die Tendenzen für die 12 Sternzeichen. Ich empfehle, dass ihr euch auch das Zeichen eures Aszendenten anschaut. Darin stecken wahrscheinlich weitere interessante Informationen für euch. Ihr müsst dann ein bisschen schauen, womit ihr in Resonanz steht. Mehr mit dem Sonnenzeichen oder mehr mit dem Aszendenten? Auf jeden Fall wünsche ich euch gute Erkenntnisse und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Im September sind Partnerschaftsthemen für euch super wichtig. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die dann auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops gedeutet werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in eure Konstellationen. Bis zum 10. September habt ihr Liebesgöttin Venus im Partnerhaus. Das ist wunderbar, um Leute zu treffen und zu flirten. Auch mit Menschen aus eurem Freundeskreis seid ihr in einer guten Verbindung. Gleichzeitig braucht ihr auch viel Fingerspitzengefühl, vor allem vom 4. bis zum 9. September. Da kann eine Liebesgeschichte oder Begegnung einen alten Schmerz wieder aktivieren. Das kann aber auch zur Heilung führen, wenn man sich bewusst und liebevoll darauf einlässt. Falls ihr gegen Ende der dritten Dekade geboren seid und mit Pluto zu tun habt, können diese Tage schwierig sein, wenn enttäuschte Erwartungen im Spiel sind oder wenn jemand eine geheime Agenda hat. Da helfen nur Vertrauen und Ehrlichkeit. Flirts in der Chefetage solltet ihr während dieser Tage lieber vermeiden. Beruflich verspricht die erste Monatshälfte sehr produktiv zu werden. Bis zum Neumond am 7. September habt ihr starke Verhandlungs- und Überzeugungsaspekte. Die Zeit ist außerdem gut, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Der Neumond in der Nacht zum Dienstag, den 7. September, fällt in den beruflichen und gesundheitlichen Bereich eures Horoskops. Er eignet sich zum Beispiel, um eine neue Technik am Arbeitsplatz einzuführen oder ein neues Arbeitsgerät anzuschaffen. Es kann aber auch gut sein, dass ihr ein gesundheitliches Anliegen habt, denn zu Beginn des Monats könntet ihr etwas schwächeln oder seid vielleicht auch anfälliger für eine Infektion. Möglich auch, dass ein verstecktes Leiden, dem ihr bisher nicht so viel Beachtung geschenkt habt, nun aktiviert wird. Und dann wäre das ein wunderbarer Neumond, um eine neue Heilmethode auszuprobieren, beziehungsweise um den richtigen Heiler oder Ärztin zu finden. Am 10. September spätabends geht die Venus in den Skorpion und das ist dann sehr interessant für alle festliierten Widder. Sie schenkt euch verführerische Kräfte für die nächsten drei Wochen und regt euch an, euer erotisches Zusammensein zu beleben. Achtet nur bitte in den Tagen vom 14. bis zum 17. darauf, dass ihr euch nicht ums Geld streitet und gebt gut auf euren gemeinsamen Besitz acht. Am 15. September haben wir einen wichtigen Energiewechsel, dann wandert nämlich der Mars in die Waage und damit in euer Partnerhaus. Ehrlich gesagt ist das nicht die günstigste Stellung für Mars. Der mischt sich nämlich jetzt in eure Beziehungsangelegenheiten ein. So kann es in den kommenden sechs Wochen öfter mal Konflikte und hitzige Diskussionen geben. Andererseits zeigt der Mars besonders für die Widder Frauen interessante männliche Flirtpartner, die euch necken und herausfordern, weil sie mit euch ins Gespräch kommen wollen. Beruflich müsst ihr in der zweiten Monatshälfte öfter mit stressigen Momenten rechnen. Man scheint den Streit mit euch zu suchen oder ihr trefft auf Widerstand bei euren Vorschlägen. Da kann euch die bewährte 90-Sekunden-Regel weiterhelfen. Die ist immer gut bei schwierigen Mars-Aspekten. Ihr könnt euch das in dem Video über Mars im Widder nochmal anschauen oder als PDF für kleines Geld das Dossier dazu herunterladen. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall solltet ihr euch um strategisches Denken bemühen und möglichst keine Konflikte aus einem spontanen Impuls heraus beginnen. Es tut euch auch gut, wenn ihr eure Probleme nicht im Alleingang in Angriff nehmt. Bezieht Menschen mit ein, denen ihr vertrauen könnt. Das kann sich als sehr konstruktiv erweisen. Die besten Ergebnisse erreicht ihr im September tatsächlich gemeinsam mit einem Team. Am 21. September haben wir den Vollmond, also genau genommen in der Nacht vom 20. auf den 21. und der ist in den Fischen und regt bei euch die Heilungsachse des Horoskops an. Vielleicht zeigen sich jetzt schon erste Erfolge, beispielsweise mit einer neuen Heilmethode. Und die Vollmondkräfte sind gut für ein heilendes Ritual. Am 22. September um 21.21 Uhr geht die Sonne in die Waage und dann ist Herbsttag und Nacht gleiche. Danach wird euer Partner- und Begegnungshaus für weitere vier Wochen aktiviert. Immer wieder seid ihr gefordert, euch auf andere Menschen einzustellen, deren Impulse sehr inspirierend sein können. Sogar Leute, die euch auf die Nerven gehen, können sich spirituell gesehen als Lehrer erweisen und eure persönliche Entwicklung voranbringen. Vom 21. bis 24. September haben wir noch einen heiklen Finanzaspekt. In dieser Zeit lockt euch das Risiko, aber das Ergebnis ist schwer einzuschätzen. Am 27. September wird der Merkur rückläufig und dann können Missverständnisse in partnerschaftlichen Gesprächen und auch beruflichen Meetings zu Konflikten führen. Da braucht ihr einen kühlen Kopf und manchmal auch einfach Humor, um das nicht alles auf euch zu beziehen. Und das ist nicht ganz einfach, denn in den letzten Tagen des Monats wird Chiron, der verwundete Heiler, der ja bei euch im Zeichen steht, stark aktiviert. Und das kann alte psychologische Wunden ins Bewusstsein aufsteigen lassen. Doch gleichzeitig könnt ihr große Entwicklungsschritte und sogar Heilungsfortschritte machen. Menschen, die euch lieben, sind für euch da und bereit, mit euch in den Austausch zu gehen und euch zu unterstützen, wenn ihr das nur wollt. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr nochmal nachlesen. Das gesamte Monatshoroskop gibt es für kleines Geld als PDF zum Download auf meiner Homepage und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Eure produktive und kraftvolle Phase hält noch bis mindestens Mitte September an und außerdem dürft ihr euch auf spannende Flirt- und Liebesaspekte freuen. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in die Sterne für den September und die stehen super. Bis zum 10. September habt ihr eine innovative und inspirierte Phase, weil der Uranus in eurem Zeichen aktiviert wird. Das ist zum Beispiel super, falls ihr gerade dabei seid, euch neu zu erfinden oder ein neues Business zu etablieren. Die Neuerungen und Veränderungen, die Uranus bringt, sind ja nicht immer so leicht zu integrieren. Aber in der ersten September-Hälfte macht es euch Spaß. Ihr seht den Sinn darin und neue Impulse wirken nicht bedrohlich und anstrengend, sondern inspirierend und verjüngend. Und so könnt ihr auch den Neumond am 7. September dafür nutzen, um Anregungen und Ideen für eure Vorhaben und eure persönliche Entwicklung direkt aus dem Kosmos zu empfangen. Zum Beispiel durch ein schönes Ritual. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn bei diesem Neumond geht es um eure Herzensprojekte und um das, was ihr braucht, um euch zu entfalten und die erfinderischen Kräfte des Uranus konstruktiv und zukunftsgerichtet zu kanalisieren. Wie man ein persönliches Ritual gestaltet, dazu habe ich ein Dossier erstellt. Das könnt ihr für eine kleine Gebühr auf meiner Homepage herunterladen. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Es könnte sich auch lohnen, rund um den Neumond auf eure gesundheitlichen Bedürfnisse zu achten. Heiler Planet Chiron steht nämlich auf eurer Heilungs- und Gesundheitsachse und wird in den kommenden beiden Monaten immer wieder aktiviert. Deswegen sorgt für euch, wenn ihr merkt, dass ihr gesundheitlich Unterstützung braucht. Und achtet auf eure Träume. Ihr könnt da Antworten auf Fragen zu eurem Wohlbefinden erhalten. Am 10. September spätabends wandert die Venus in den Skorpion und aktiviert dann für drei Wochen euren Partnerschaftsbereich. Das ist meistens ganz wunderbar, nur, dass die Venus im Skorpion zur Eifersucht neigt. Feste und innige Partnerschaften oder neue heiße Flirts profitieren sicher eher von ihrer leidenschaftlichen Seite. Aber wundert euch nicht, wenn Menschen, die scharf auf euch sind, jetzt ständig wissen wollen, wo ihr seid und nervös werden, wenn sie euch nicht erreichen können. Zwischen dem 14. und dem 17. September kann es euch beispielsweise passieren, dass ihr Beziehungsstress bekommt, einfach weil ihr beruflich stark eingespannt seid und Partnerinnen oder Partner sich zurückgesetzt fühlen. Aufpassen müsst ihr auch zwischen dem 21. und 24. September. Da kann der Liebesblitz einschlagen, aber mit ungewissem Ausgang. Das solltet ihr dann vorsichtig und bewusst handhaben. Am 15. September geht der Mars in die Waage und der kraftvolle Rückenwind der letzten sechs Wochen lässt nach. Es kehrt wieder mehr Routine ein, vor allem am Arbeitsplatz. Das heißt aber nicht, dass es beruflich nicht trotzdem weiterhin gut laufen kann, vor allem, wenn ihr in der Zeit zuvor ordentlich vorgelegt habt. Dann profitiert ihr jetzt davon, dass die Abläufe funktionieren und man im Team gut zusammenarbeitet. In der zweiten Monatshälfte sind die Aspekte auch finanziell vielversprechend, gerade auch, wenn es um die Finanzierung von Projekten geht, die euch besonders am Herzen liegen. Ihr findet dann entweder auch für ungewöhnliche Vorhaben solide Geldgeber oder ihr könnt eure Herzensprojekte selbst finanziell gut absichern und mit Menschen an einem Strang ziehen, die sich auch mit engagieren wollen. Zwischen dem 21. und dem 24. September aktiviert die Venus in eurem Partnerhaus den freiheitsliebenden Uranus, der ja bei euch im Zeichen steht. Das kann den Beginn eines ganz heißen Flirts anzeigen, aber es kann auch zu Stresssituationen führen, wenn ihr euch durch Liebespartnerinnen oder Partner zu sehr eingeengt fühlt. Und Eifersuchtszenen sollte man euch in dieser Zeit nicht machen. Wenn euch jedoch etwas an der anderen Person liegt, versucht Verständnis für deren Gefühle aufzubringen, nicht, dass es zum Bruch kommt. In der Nacht zum 21. ist Vollmond in den Fischen und der steht angenehm und inspirierend für euch und eure Freundschaften. Ist außerdem für Stiere der dritten Dekade auch ein sehr kreativer Vollmond. Ideal, falls ihr schon immer mal ein eigenes Ritual entwickeln und ausprobieren wolltet. Anregungen dazu findet ihr in meinem Ritualdossier auf meiner Homepage, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Tags darauf am 22. September um 21.21 Uhr geht die Sonne in die Waage und dann ist Herbst Tag und Nacht gleiche. Dann setzt sich die Serie der beruflich und finanziell günstigen Aspekte für euch noch bis Mitte Oktober weiter fort. Wermutstropfen ist nur, dass der Merkur am 27. September rückläufig wird, ebenfalls bei euch im beruflichen Bereich. Und das kann natürlich die üblichen Missverständnisse und Verzögerungen mit sich bringen. Gesundheitlich solltet ihr in den letzten Tagen des Monats besonders auf euch Acht geben. Der Mars kann dann eine zurückliegende Verletzung seelisch, aber auch physisch aktivieren. Falls ihr euch darum bisher nicht gekümmert hattet, habt ihr nun bis Mitte Oktober die Gelegenheit, aktiv zu einer Heilung beizutragen. Das waren eure Tendenzen im September und wenn ihr die ganzen Zahlen und Daten nochmal nachlesen wollt, könnt ihr euch den Text zu diesem Video gegen eine kleine Gebühr auf meiner Homepage herunterladen. Und das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Es sieht nach einem Power-Monat für euch aus, in dem ihr häufig im Mittelpunkt steht. Ihr könnt neue Leute kennenlernen und neue Beziehungen können sich festigen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher noch ein Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine persönlichen Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures Geburtshoroskops für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Im September scheint es für euch richtig gut zu laufen. Viele Planeten stehen günstig zur Zwillinge-Sonne, so dass ihr in mehreren Bereichen vorankommen könnt. Beruflich, persönlich und auch in der Liebe und Partnerschaft. Die Lilith in eurem Zeichen verbindet sich diesen Monat mit dem Mondknoten. Das bedeutet, ihr könnt die Bekanntschaft von ungewöhnlichen Menschen machen, durch die ihr stärker in Kontakt mit euren Gefühlen und Instinkten kommt. Auch solchen Emotionen, die ihr bisher vielleicht verdrängt hattet. Das kann manchmal auch schwierig sein, aber in diesem Monat sieht es eher nach positiven Erfahrungen aus. Ein mögliches Szenario wäre, dass ihr eine Liebesbeziehung eingeht, die euch transformiert, sodass ihr euch ganzheitlicher wahrnehmt. Oder ihr begegnet Menschen, die euch inspirieren und ermutigen, mehr eurem Herzen zu folgen oder an Herzensprojekten weiterzuarbeiten. Bis zum 10. September bekommt ihr außerdem charmante und verführerische Impulse von Liebesgöttin Venus. Das hilft beim Flirten und auch, um eure festen Partnerinnen und Partner zu bezirzen. Das alles gilt vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, sind die Aspekte etwas heikler. Einerseits bekommt ihr einen superschönen Glücksaspekt von Jupiter, der euch zum Beispiel bei euren Plänen und Zielen unterstützt. Aber ihr lauft auch Gefahr, dabei die Realität etwas aus den Augen zu verlieren. Für euch ist es wichtig, dass ihr euch zuverlässig an alle Vereinbarungen haltet, beziehungsweise gar nicht erst Sachen zusagt, bei denen ihr euch nicht sicher seid, ob ihr sie auch so hinbekommt. Ihr könntet dazu neigen, im Überschwang Situationen zu überschätzen. Die Geborenen der zweiten Dekade empfangen starke Aspekte vom schlauen Merkur, das ist beruflich und finanziell sehr günstig zum Verhandeln, Verkaufen und um gute Abschlüsse zu tätigen. Ich habe übrigens jetzt ein neues Dossier mit einer Dekadengeburtstagsliste. Da könnt ihr auch nachschauen, in welche Dekade euer Geburtstag fällt. Auf jeden Fall gilt für euch alle, tütet eure Vereinbarungen und Abschlüsse und auch Reisebuchungen noch vor dem 27. September ein. Danach wird der Merkur rückläufig und zwar bis zum 18. Oktober. In der Nacht zum 7. September ist Neumond in der Jungfrau und der aktiviert den privaten Bereich eures Horoskops. Das ist immer ein guter Neumond, um zu schauen, was zu Hause erledigt werden muss, sortiert, aufgeräumt oder auch renoviert. Bestimmt seid ihr angeregt, etwas in eurem Heim zu verändern. Falls ihr zum Beispiel noch keinen Hausaltar oder noch keinen Ritualort habt, könnt ihr euch jetzt einen einrichten. Es ist auch ein guter Aspekt, um eine neue Wohnung zu finden, falls ihr eine sucht oder um eure Energie in der Neumond-Meditation auf dieses Ziel zu fokussieren. Am 10. September spätabends zieht die Venus weiter in den Skorpion. Danach verändert sich die Energie beim Flirten und bei Beziehungsangelegenheiten. Flirtpartnerinnen oder Partner legen dann besonders viel Wert auf Commitment und wünschen sich mehr Exklusivität und Leidenschaft von euch. Feste Partner neigen in der zweiten Monatshälfte zur Eifersucht, wenn sie den Eindruck haben, ihr würdet womöglich fremdflirten. Im Zusammenspiel mit Lilith seid ihr durchaus geneigt, leidenschaftlicher, aber auch kompromissloser zu sein. Achtet darauf, euch nicht in Situationen zu verstricken, bei denen ihr nicht durchblickt. Das würde dann nämlich zunehmend kompliziert, wenn der Merkur erstmal rückläufig wird. Vom 16. bis 26. September habt ihr eine beruflich starke und clevere Phase. Da seid ihr super gewitzt und durchsetzungsfähig. Falls ihr Verbündete für ein Vorhaben sucht, sind das sehr gute Tage, um Unterstützung zu finden. Am 21. September, also genauer gesagt in der Nacht davor, ist Vollmond in den Fischen und der aktiviert euer Karrierehaus und kann euch um den Schlaf bringen, falls ihr über eine berufliche Entwicklung nachdenkt. Dann haltet euer Notizbuch oder Smartphone bereit, denn wahrscheinlich fällt euch eine gute Lösung ein. Scheut euch auch nicht davor, mit Vertrauten wie zum Beispiel Freunden oder verlässlichen Geschäftspartnern über eure Anliegen zu sprechen. Von dort erhaltet ihr wertvolle Impulse und Unterstützung. Mit der Tag- und Nachtgleiche am 22. September geht die Sonne spätabends um 21.21 genau in die Waage und läutet eine weitere sehr gute Phase für euch ein, in der ihr viel Schwung habt, um neue Projekte in Angriff zu nehmen oder bestehende Vorhaben voranzubringen. Ist auch sportlich eine gute Zeit oder falls ihr mit Bewegung oder Tanz zu tun habt. Wermutstropfen ist allerdings, dass der Merkur vom 27. September bis 18. Oktober rückläufig ist und dann können Verzögerungen und Fehlinformationen euren Schwung bremsen. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten, aber davon abgesehen sieht es gut für euch aus. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop gibt es gegen kleines Geld zum Download bei mir auf der Homepage und ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Hallo ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ihr dürft euch auf positive und anregende Tendenzen freuen und seid wahrscheinlich im September sehr produktiv. Gleich schauen wir in eure Sterne, vorher noch ein Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures persönlichen Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Monat startet schwungvoll und mit vielen guten Ideen. Wahrscheinlich habt ihr im August schon gute Projekte begonnen und bis zur Monatsmitte unterstützt euch weiterhin Energieplanet Mars dabei, sie umzusetzen und andere zu überzeugen. Außerdem beleben die Sterne euer berufliches Netzwerk und gleichzeitig auch eure Freundschaften. Und manchmal lässt sich auch beides verbinden, dass ihr zum Beispiel beruflich durch Leute, mit denen ihr auch befreundet seid, gute Impulse erhaltet. Der Neumond in der Nacht zum 7. September steht günstig, um neue Projekte zu beginnen. Vor allem, wenn sie mit Marketing, Verkauf, Schreiben und Bloggen zu tun haben, wenn ihr etwas Neues lernen wollt oder selbst unterrichtet. Falls ihr Kurse plant, behaltet im Hinterkopf, dass am 27. September der Merkur rückläufig wird und lasst den Kurs möglichst vorher oder nach der Rückläufigkeit beginnen. Der Neumond begünstigt darüber hinaus die Arbeit mit Affirmationen und Zaubersprüchen und ihr könnt dabei eine starke Wunschkraft entwickeln. Tipps dazu, wie man eigene Rituale erfindet und durchführt, findet ihr in meinem Dossier Dein persönliches Ritual. Das könnt ihr auf meiner Homepage für kleines Geld bestellen und ich habe euch das unten in der Videobeschreibung verlinkt. In Partnerschaft und Familie sind die Aspekte durchwachsen. Es sind Konfliktsituationen möglich, wenn ihr beruflich Entscheidungen treffen müsst, die zu Lasten des Familienlebens gehen und das kann euch auch selbst sehr belasten. Andererseits könnt ihr gute Gespräche führen und ihr werdet feststellen, dass Partner oder Familienmitglieder durchaus ein Einsehen haben, wenn ihr freundlich aber bestimmt euren Standpunkt vertretet. Deshalb ist es wichtig, dass ihr wisst, was ihr wollt. Und dann solltet ihr nicht jammern und nörgeln, sondern klar und freundlich sagen, was Sache ist. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr dann gleich verlassen werdet. Eure Lieben sind auf eurer Seite. Nach dem 10. September steht euch dabei auch die Venus zur Verfügung. Sie aktiviert dann aus dem Skorpion heraus für drei Wochen eure verführerische und leidenschaftliche Seite. Dann kann man auch mal ein Problemgespräch beiseite schieben und stattdessen schmusen, kuscheln und mehr. Dafür solltet ihr euch bewusst Zeit nehmen. In der zweiten Monatshälfte steigen auch die Flirtchancen für die Singles unter euch. Anfangs gibt es vielleicht noch ein Hin und Her, aber gegen Ende des Monats beginnt ein romantisches Liebeshighlight für euch. Da komme ich gleich noch zu. Vorher haben wir aber noch einen wichtigen Übergang am 15. Dann geht nämlich der Mars in die Waage und bildet dann für sechs Wochen einen stressigen Aspekt zur Krebssonne. Das bringt dann wieder eine größere Neigung zu Auseinandersetzungen und die haben wahrscheinlich mit eurer Wohnsituation zu tun oder damit, wer im Haushalt welche Aufgaben übernimmt. Oder es geht auch einfach darum, welche Art von Umgangston und Benehmen ihr euch wünscht. Und vor allem mit den männlichen Mitbewohnern seid ihr wohl öfter mal nicht zufrieden. Auch hier gilt wieder, wohlwollend, aber bestimmt euren Standpunkt vertreten. Ihr dürft eure eigenen Bedürfnisse haben und müsst euch nicht immer anpassen und zurücknehmen. Schöne Tage sind der 19. und 20. und auch noch die Nacht zum 21. September. Da haben wir Vollmond in den Fischen und das ist eine sehr romantische Konstellation. Sowohl eure festen Partnerschaften als auch neue Flirts werden ganz sicher davon profitieren und auch mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern lassen sich dann Kompromisse erzielen. Am 22. September um 21.21 geht die Sonne in die Waage und dann ist Herbst Tag und Nacht gleiche. Die gesamte Phase vom 19. bis 22. eignet sich für magische Arbeit und Rituale, weil dann auch die Lilith stark aktiviert ist. Sie ist jetzt für euch wie eine innere Schamanin und kann euch in diesen Tagen sehr inspirieren. Wir haben dann auch heiße Flirt-Aspekte und insgesamt können euch diese Konstellationen experimentierfreudiger machen als sonst und ihr lasst euch vielleicht auf ungewöhnliche Konzepte wie Freundschaft plus ein. Beruflich ist die Zeit eher angespannt. Wichtige Entscheidungen und Familienverpflichtungen können euch gleichzeitig beschäftigen und vielleicht hilft dann tatsächlich ein Vollmond-Ritual, um euch über euren Weg klar zu werden. Am 26. beginnt das erwähnte Liebeshighlight und es geht bis zum 7. Oktober. Das ist eine besonders harmonische und kuschelige Phase. Die Konstellationen versprechen erotische Highlights, an die ihr euch noch lange zurückerinnern werdet. Schaut nur, dass ihr nicht eine schöne Gelegenheit durch Missverständnisse verpasst, denn am 27. September wird der Merkur rückläufig bis zum 18. Oktober und zwar im privaten Bereich eures Horoskops. Lasst euch dann mehr Zeit für Abmachungen, die euer Heim oder Mitbewohner betreffen. Ihr wisst ja, dann können sich Planänderungen und Missverständnisse ergeben und das solltet ihr nicht persönlich nehmen. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop gibt es für eine kleine Gebühr auf meiner Homepage zum Download und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Der Monat startet mit romantischen, partnerschaftlichen Aspekten. Genießt es. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den September und da fällt auf, dass Liebesgöttin Venus bis zum 10. einen besonders schönen Romantikaspekt für euch bildet. Vor allem für frische Beziehungen und neue Flirts läuft es derzeit wunderbar. In euren festen und länger bestehenden Beziehungen geht es jetzt darum, sich gegenseitig liebevoll zu helfen und füreinander da zu sein. Also habt ein offenes Ohr für eventuelle Nöte eurer Partnerin oder eures Partners. Dadurch entsteht mehr Nähe und das ist auch gut für euer erotisches Miteinander. Beruflich und finanziell dürftet ihr ebenfalls einen starken Start in den Monat haben. Uranus, der ja längerfristig im Karrierebereich eures Horoskops steht und an sich einen stressigen Aspekt zu euch bildet, steht bis Mitte September günstig für schnelle und harte Entscheidungen, die viel Geld bringen können. Wobei die Sterne empfehlen, mit einem Abschluss bis zum Neumond am 7. September zu warten. Vorher können Entwicklungen noch unklar sein. Der Neumond in der Nacht zum 7. September fällt in den Finanzbereich eures Horoskops und eignet sich gut, um lukrative neue Projekte zu beginnen und das beste Zeitfenster dafür ist zwischen dem 7. und 10. September. Psychologisch ist es ein interessanter Neumond für Fragen rund um euer Selbstwertgefühl. Zum Beispiel die Frage, was braucht ihr, um euch den Rücken zu stärken und euch wertvoll zu fühlen? Ist es ein dickes Bankkonto oder mehr das Bewusstsein, beliebt zu sein? Auf jeden Fall hilft es eurem Bankkonto, wenn ihr euch auch innerlich und seelisch reich fühlt. Und falls ihr ein Neumondritual abhalten wollt, würde sich dafür das Thema Reichtum und Fülle anbieten. Tipps dazu, wie ihr ein persönliches Ritual gestalten könnt, findet ihr in meinem Dossier auf meiner Homepage. Gibt's für eine kleine Gebühr zum Download und das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Am 10. September spätabends zieht die Venus weiter in den Skorpion. Das kann in euch leidenschaftliche Gefühle wecken, bringt aber auch für die nächsten drei Wochen eine gewisse Unruhe mit sich. Und es kann auch bedeuten, dass Menschen in eurer Umgebung mit Eifersucht auf eure Aktivitäten reagieren. Bis zum 20. September sind die Aspekte dann etwas heikel. Euer häuslicher Frieden könnte gestört sein, sei es durch eine berufliche Entscheidung oder auch durch eine Beziehungsentwicklung. Wir haben ab Mitte September und bis zum 5. Oktober eine äußerst prickelnde Konstellation, an der auch Lilith beteiligt ist. Das könnte euch anregen, euch gesellschaftlich oder politisch zu engagieren. Oder es bedeutet, dass ihr eine besondere Bekanntschaft macht im Zusammenhang mit einem Engagement oder eine künstlerische Figur. Eine solche Begegnung hätte auch Potenzial für eine Beziehung und zwar sowohl beruflich als auch privat. Doch damit scheint jemand bei euch zu Hause nicht einverstanden zu sein und zwar eine weibliche Figur. Da müssen möglicherweise Kompromisse her und um die muss gegebenenfalls gerungen werden. In den letzten Tagen des Septembers ist aber eine Einigung möglich. Beruflich habt ihr in der zweiten Monatshälfte eine gute Phase für Marketing und Kommunikation und Verkauf. Ihr könnt dann andere von euren Vorhaben überzeugen und euch gut präsentieren. Zwar wird am 27. September der Merkur rückläufig, aber auch dann ist die Zeit noch günstig, zum Beispiel um zu recherchieren, zu forschen oder Ideen zu formulieren. Der Vollmond in der Nacht zum 21. September in den Fischen beleuchtet nochmal eure Werteachse. Ihr seht dann vielleicht schon gute Entwicklungen im Zusammenhang mit den Fragen, die ihr euch zu eurem Selbstwert gestellt habt oder auch finanziellen Projekten, die ihr zum Neumond begonnen habt. Vorsicht allerdings vom 21. bis 24. September. Da juckt es euch wahrscheinlich, ein berufliches oder finanzielles Risiko einzugehen. Könnt ihr machen, wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut. Aber ich muss sagen, Erfolg und Verlust liegen da dicht beieinander. Am 22. September um 21.21 Uhr ist Herbst Tag und Nacht gleiche und die Sonne geht in die Waage. Und dann folgen nochmal vier Wochen günstige und anregende Aspekte für euch. Vor allem, wenn ihr mit Schreiben, Bloggen oder Wissensvermittlung zu tun habt oder auch, wenn ihr therapeutisch tätig seid. Wenn ihr Geschwister habt, seid ihr nun angeregt, etwas Wichtiges mit ihnen zu klären. Tiefschürfende und heilsame Gespräche zeichnen sich ab, vor allem in der Zeit vom 26. September bis 6. Oktober. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu scharf argumentiert oder eure Gesprächspartner zu sehr herausfordert. Das kann zu psychologischen Verletzungen führen und das wäre schade, denn die Konstellationen sind außergewöhnlich und deuten auf einen Durchbruch und eine energetische Wende hin, auch in bereits länger bestehenden Konflikten. Es ist viel Wohlwollen zu erkennen und eine Heilung ist möglich, wenn ihr gut zuhört und wenn alle Beteiligten den Raum bekommen, sich einzubringen. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im September Geburtstag habt. Freut euch auf einen Power-Neumond. Gleich schauen wir in eure Sterne. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Voroskope, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet vital und schwungvoll in den Monat. Trotzdem solltet ihr euch in der ersten Woche nicht übernehmen und Ansteckungsgefahren aus dem Weg gehen. Beruflich solltet ihr bis zum 6. September achtsam sein. Auch wenn ihr euch durchsetzt, kann es passieren, dass hinter eurem Rücken anders vorgegangen wird oder dass man gegen euch intrigiert. Aber mit dem Jungfrau-Neumond in der Nacht zum 7. September wendet sich das Blatt zum Positiven. Dieser Neumond ist der für euch wichtigste im ganzen Jahr und er ist fantastisch, um etwas Neues zu beginnen, denn er steht in einer fabelhaften Verbindung zu Innovationsplanet Uranus. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr euch in dieser Neumondphase, also irgendwann am 6. oder 7. September, Zeit dafür nehmt, darüber nachzudenken, welche wichtigen neuen Projekte in den kommenden vier Wochen oder auch zwölf Monaten für euch anstehen. Ihr könnt euch regelrecht neu erfinden, beruflich, auf der persönlichen Ebene und auch in euren Partnerschaften. Auf allen Ebenen ist Erneuerung angesagt. Dieser Neumond kann für euch der reinste Jungbrunnen sein. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Das ist ein Aspekt mit Chiron, dem verwundeten Heiler. Der möchte, dass ihr auf dem Weg in die Zukunft eure persönlichen und spirituellen Bedürfnisse beachtet und dass ihr bereit seid, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Wenn ihr also ein Neumondritual durchführt und Energie in neue Projekte und Wünsche lenkt, dann vergesst nicht darum zu bitten, dass dieser Weg auch zu eurer Heilung und Ganzheitlichkeit beiträgt. Übrigens könnt ihr auch um Reichtum und Fülle bitten, denn der Neumond schenkt euch einen fabelhaften Finanzaspekt. Vom 6. bis zum 11. September habt ihr eine starke Phase voller Schwung und Überzeugungskraft. Sehr gut, um die Initiative zu ergreifen und neue Projekte anzuschieben oder auch, um im Internet neue Wege zu gehen oder für eine technische Neuanschaffung. Am 10. September zieht die Venus weiter in den Skorpion und schenkt euch dann für drei Wochen verführerische Inspirationen, vor allem in eurer Kommunikation. Das ist toll für Liebesgeflüster und Flirts. Ihr findet jetzt die richtigen Worte, um jemanden um den Finger zu wickeln und zu bezirzen. Was ihr sagt, hat eine starke und oft auch erotische Wirkung, das muss euch klar sein. Passt ein bisschen auf zwischen dem 14. und dem 20. September, besonders im beruflichen Zusammenhang, könnte man euch missverstehen und es kann zu einer Zurückweisung kommen. Möglich auch, dass es mit einer Chefin oder Kollegin zu stressigen Momenten kommt, besonders für die Geburtstagskinder der ersten Dekade. Im Zweifelsfalle solltet ihr euch um eine Klarstellung bemühen, denn am 27. wird ja der Merkur rückläufig und dann kommen Unstimmigkeiten, die nicht geklärt wurden, nochmal auf den Tisch und es wird tendenziell komplizierter. Ab dem 19. September sind die Konstellationen günstig für die Zusammenarbeit im Team und davon könnt ihr beruflich und finanziell profitieren. Finanziell ist übrigens auch wichtig, dass der Mars ab dem 15. September für sechs Wochen durch die Waage läuft und damit euren kosmischen Finanzbereich aktiviert. Das kann sehr günstig sein, um in Verhandlungen selbstbewusst aufzutreten und Gelder zu erhalten, die euch zustehen. Gleichzeitig solltet ihr auch eure eigenen finanziellen Verpflichtungen einhalten und abzahlen. Ab dem 19. und bis zum Vollmond in den Fischen in der Nacht zum 21. September lenkt der Kosmos eine prickelnde Energie in euer Beziehungsleben. Gut möglich, dass ihr dann alles andere beiseite schiebt, um einen Flirt zu genießen. Auch für feste Beziehungen sind das schöne und romantische Tage vorausgesetzt. Ihr streitet euch nicht ums Geld. Das solltet ihr in der Zeit unbedingt vermeiden. Am 22. September um 21.21 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und geht in die Waage. Dann ist Herbsttag und Nacht gleiche. Und vom 21. bis 26. September sind günstige Tage für einen lukrativen Abschluss und berufliche Fortschritte. Auch die schwierige Chefin ist dann zufrieden. Unterschreiben solltet ihr möglichst bis zum 26. denn am 27. frühmorgens wird der Merkur rückläufig bis zum 18. Oktober. Während dieser Zeit sind mehr Vorsicht und Genauigkeit angesagt und ihr wisst ja, dass man dann möglichst keine wichtigen Verträge unterschreiben oder Anschaffungen tätigen sollte. Falls sich das aber nicht vermeiden lässt, nehmt euch genug Zeit, das Kleingedruckte sorgfältig durchzulesen und alle Informationen zu überprüfen, ob sich nicht ein Fehler eingeschlichen hat. Das gilt auch für Verabredungen. Nicht, dass ihr euch verpasst oder missversteht. Das wäre schade, denn der Monat klingt aus mit einem wunderschönen Romantikaspekt für Liebe und Flirts. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop findet ihr auf meiner Homepage, gibt es gegen eine kleine Gebühr zum Download und das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Vagegeborenen und Vage-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im September Geburtstag habt. Freut euch auf einen starken Monat mit vielen Möglichkeiten, eure Wünsche und Projekte zu manifestieren. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Monat beginnt gleich mit einer tollen Konstellation. Die Venus steht ja in der Waage bei euch im Zeichen und bildet bis zum 9. September einen Reichtumsaspekt zu Glücksplanet Jupiter und zwar Reichtum durch Herzensprojekte oder Produkte, die ihr selbst erschafft. Manche von euch stehen allerdings gleichzeitig unter Druck durch Verpflichtungen, besonders seitens der Familie. Dann müsst ihr gegebenenfalls eine klare Entscheidung treffen. Schaut doch mal, ob ihr vorübergehend Verantwortung abgeben könnt, um eine mögliche berufliche oder finanzielle Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen. Dafür eignet sich nämlich die erste Monatshälfte besonders gut. Danach wird es etwas schwieriger. Für die Liebe sind die Aspekte in den ersten zehn Tagen des Monats ganz wunderbar. Menschen suchen eure Nähe und wenn ihr flirten wollt, dürfte euch das nicht schwerfallen. Vom 4. bis 8. September können allerdings Liebeserlebnisse oder Begegnungen sehr unter die Haut gehen und alte Verletzungen anrühren. Es geht dabei aber immer darum, etwas in euch oder in den beteiligten Personen zu transformieren und zu heilen. In der Nacht zum 7. September ist Neumond in der Jungfrau. Der ist sehr schön, wenn ihr spirituell oder magisch arbeitet. Er wirkt inspirierend und ihr könnt wichtige Erkenntnisse aus der geistigen Welt empfangen. In zweiter Instanz begünstigt der Neumond auch die Intimität in festen Beziehungen, zum Beispiel wenn ihr darüber nachdenkt, euch eine Auszeit zu zweit zu nehmen oder etwas wie einen Tantra-Workshop auszuprobieren. Darüber hinaus aktiviert ihr den Gesundheitsbereich eures Horoskops und wenn hier etwas im Argen liegt, solltet ihr euch zum Neumond darauf konzentrieren, Heilungsenergie in euer Leben zu lenken. Rund um den Neumond habt ihr tolle Aspekte, um mit Herzensprojekten weiterzukommen und fleißig zu manifestieren. Falls ihr auf Reisen seid, euch kulturell oder politisch engagiert, euch fortbildet oder selbst Kurse gebt, ist der September insgesamt ein starker Monat. Behaltet bitte im Hinterkopf, dass am 27. der Merkur rückläufig wird und legt das Startdatum möglicherweise für einen neuen Kurs vor diese Zeit. Am 10. September abends, spätabends verlässt die Venus euer Zeichen und geht für drei Wochen durch den Skorpion. Das ist euer kosmischer Finanzbereich. Das ist grundsätzlich gut, nur bildet sie in der zweiten Monatshälfte schwierige Aspekte und ihr müsst aufpassen, dass ihr keinen Verlust erleidet oder in eine Schuldenfalle hineingeratet. Vielleicht sind es auch unerwartete Ausgaben, die euch vor Herausforderungen stellen. In der Zeit solltet ihr Finanzrisiken vermeiden. Das ist aber nur eine vorübergehende Phase, denn insgesamt bleibt die Lage beruflich und finanziell langfristig positiv. Am 15. September geht der Mars in die Waage und wandert für sechs Wochen durch euer Zeichen. Das ist meistens mit einem Anstieg der persönlichen Energie verbunden, aber auch mit einer größeren Bereitschaft, sich zu streiten, was euch ja eigentlich gar nicht liegt. Man kann diese Zeit aber nutzen, um beruflich voranzukommen und sich durchzusetzen. Auch falls ihr euer Sportprogramm habt schleifen lassen, kann der Mars euch dabei helfen, wieder in Schwung zu kommen und wieder mehr zu machen. In den Tagen rund um den Vollmond, der ist in der Nacht zum 21. September und dann noch bis zum Monatsende, habt ihr eine starke Schaffensperiode und tolle Ideen. Am 22. September um 21.21 Uhr ist Herbst Tag und Nacht gleiche und die Waagesaison beginnt. Die Sonne aktiviert dann für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude und auch eure Schaffenskraft wird nochmal stark angeregt. Es läuft gut bei allem, was ihr selbst unter Kontrolle habt und bei dem ihr selbst entscheiden könnt und das Sagen habt. Wenn andere beteiligt sind und sich womöglich einmischen wollen, sei es beruflich oder privat, kann es ab dem 24. und bis zum Monatsende zu Anspannungen kommen. Es kann euch passieren, dass ihr Druck auf andere ausübt, ohne das Böse zu meinen oder wirklich zu wollen. Da ist es oft besser, strategisch zu denken und sich genau zu überlegen, ob man sich in einer bestimmten Situation wirklich durchsetzen möchte oder ob man im Hinblick auf die zukünftige Zusammenarbeit diplomatische Kompromisse anstrebt. Eigentlich ist das eure Stärke, aber der Mars kann euch aktuell dazu verleiten, stürmischer und ungeduldiger aufzutreten als sonst. Da kann euch die 90-Sekunden-Regel helfen, die ist immer gut, wenn man mit starken Marskräften zu tun hat. Ist eine Methode, um sich zu zentrieren und in angespannten Situationen in der eigenen Mitte zu bleiben, um dann bessere und klarere Entscheidungen treffen zu können. Ich habe darüber in meinem Video über Mars im Widder gesprochen und ihr könnt euch den Text dazu jetzt auch als Dossier auf meiner Homepage herunterladen. Das waren eure Tendenzen im September und auch die könnt ihr euch als Dossier für eine kleine Gebühr nochmal herunterladen und nachlesen. Und die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Ihr startet den Monat mit einem beruflichen Highlight und besonders die Singles unter euch dürfen sich in der zweiten Monatshälfte auf sehr prickelnde Konstellationen freuen. Mehr dazu gleich. Jetzt habe ich noch diesen Hinweis. In dem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Und mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Noch bis zum 10. September habt ihr eine beruflich innovative Phase, die auch von gutem Teamgeist und Zusammenhalt geprägt ist. Also keine Alleingänge starten, sondern mit Leuten gemeinsam an einem Strang ziehen. Auch gesundheitlich sind die Tendenzen in der ersten Monatshälfte günstig und ihr habt wahrscheinlich von selber Lust, öfter mal frisch zu kochen und ihr achtet auf sportlichen Ausgleich. Auch Aktivitäten mit netten Leuten, wie zum Beispiel gemeinsame Radtouren, wären in der Zeit ideal. In eurem Sozialleben sind besonders Freundschaften und Beziehungen, die locker und lustig sind, eine Quelle von Lebensfreude und Inspiration. Auch beruflich könnt ihr gute Verbindungen mit Leuten nutzen, mit denen ihr auch befreundet seid. Diese Themen werden vom Neumond in der Jungfrau aktiviert und der ist in der Nacht zum 7. September und steht günstig zu euch. Er kann euch eine neue Freundschaft und sogar einen heißen Flirt bringen und ihr seid dann auch offen dafür, etwas Neues auszuprobieren. Aber auch für eure festen Beziehungen und den Familienzusammenhalt sind die Konstellationen stärkend und fördernd. Beachten müsst ihr bitte nur, dass Menschen in dieser Zeit in der Kommunikation sehr empfindlich sind. Die Skorpion-typische Neigung, den wunden Punkt zu erkennen und das auch noch anzusprechen, kommt in der Zeit nicht so gut an. Beobachtet lieber und denkt euch euren Teil, denn es ist sowieso wahrscheinlich, dass man euch um Hilfe bittet und dann könnt ihr behutsam eure Erkenntnisse mitteilen und man wird euch dankbar sein. Am 10. September kommt ein wichtiger Übergang. Dann geht nämlich spätabends die Venus in den Skorpion und erfüllt euch danach für drei Wochen mit ihrer verführerischen und intensiven Energie. Das ist eine sehr schöne Zeit für eure Ausstrahlung und Charisma und auch um euch selbst etwas Gutes zu tun. Allerdings sind die Finanzaspekte im Anschluss daran etwas kritisch. Wenn ihr euch also etwas gönnen wollt, dann vielleicht lieber Qualitätszeit mit Partner oder Partnerin, Zeit für die Liebe und Kuschelstunden oder beispielsweise eine sinnliche Partnermassage, wenn ihr sowas mögt. Euer Geld solltet ihr in den Tagen vom 10. bis 18. September lieber zusammenhalten und die Phase ist auch ungünstig, um einen Kredit aufzunehmen. Verhandlungen und Anschaffungen legt am besten in die Zeit zwischen dem 18. und 26. September. Danach wird dann der Merkurückläufig. Wichtig ist noch, dass der Mars am 15. September in die Waage geht. Er zieht sich dadurch für die kommenden sechs Wochen etwas zurück. Das kann mit einem Gefühl nachlassender Vitalität einhergehen, vielleicht auch einfach mit dem Wunsch nach gelegentlichem Rückzug und Ruhe und darauf solltet ihr dann auch Rücksicht nehmen. In der Liebe gibt es für die Singles ein Highlight vom 19. September bis zum 7. Oktober. Eure Ausstrahlung ist dann super verführerisch und wenn ihr solo und noch auf der Suche seid, könnt ihr so ziemlich jeden um den Finger wickeln und alles bekommen, was ihr wollt. Besonders zu Anfang dieser Phase kann der Liebesblitz einschlagen. Ende des Monats seid ihr besonders anschmiegsam und eure Liebesfantasies angeregt. Für Festliierte ist die Zeit vom 19. bis 26. September eher kritisch. Beziehungen, die bereits unter Anspannung stehen, können dann zerbrechen. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr euren Schatz mit Samthandschuhen anfassen und Grundsatzdiskussionen lieber vermeiden. Und falls ihr eine Neigung zur Eifersucht verspürt, schaut erst mal, ob dafür wirklich ein Grund vorliegt, bevor ihr eurem Partner etwa Vorwürfe macht. Der Vollmond in der Nacht zum 21. September würde sich eignen, um zu schmusen und eventuelle Beziehungssorgen beiseite zu schieben und sich wieder näher zu kommen. Am 22. September um 21.21 Uhr ist Tag und Nacht gleiche und die Sonne geht in die Waage. Sie aktiviert dann für vier Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops. Die Tage rund um Vollmond und Herbstanfang sind sehr gut geeignet für magische Rituale und um Wünsche ans Universum abzuschicken. Eure spirituellen Gedanken haben dann eine besondere Kraft und wenn es um die Liebe geht, könnt ihr um Heilung und Erkenntnis in euren Beziehungen bitten. Anregungen dazu, wie man ein persönliches Ritual gestaltet, gibt es in meinem Video zum Göttinnenneumond und auch als Dossier auf meiner Homepage. Am 27. September wird der Merkur rückläufig bis zum 18. Oktober. Das solltet ihr dann bei euren geschäftlichen und privaten Verabredungen und Vereinbarungen beachten. Da muss man sich mehr Zeit nehmen, Vorschläge und Vereinbarungen genau zu prüfen und wichtige Verträge möglichst noch vorher oder erst danach unterschreiben. In den letzten Tagen des Monats könnte es sein, dass ihr gesundheitlich etwas schwächelt. Gebt da bitte besonders auf euch acht. Gleichzeitig bringt euch die Venus die Chance auf innige und versöhnliche Momente. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch noch mal als PDF nachlesen. Mein Dossier zum Monatshoroskop gibt es jetzt auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Ihr startet mit einem Liebes-Highlight in den Monat. Gleich schauen wir in eure Konstellationen. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Monat beginnt, wie gesagt, mit schönen Liebestendenzen. Die setzen sich aus dem August noch fort. Es herrscht Harmonie in eurem Sozialleben und auch Begegnungen mit ungewöhnlichen und provokanten Menschen lassen sich derzeit gut integrieren. Neue Romanzen und Flirts entwickeln sich positiv und stabil. Und wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr auf jeden Fall etwas mit euren gemeinsamen Freunden unternehmen. Beruflich beginnt der Monat mit einem herausfordernden Aspekt. Möglich, dass ihr gefordert seid, in der Familie zu helfen, zum Beispiel, weil jemand hilfsbedürftig oder erkrankt ist. Aber gleichzeitig habt ihr beruflich sehr viel zu tun und müsst wichtige Entscheidungen treffen. Wenn das gelingt, ist es sogar finanziell sehr lukrativ, besonders zwischen dem 3. und 9. September. Aber es kann psychologisch schmerzlich sein, wenn ihr dafür eure Fürsorge hintanstellen müsst. Möglich auch, dass gerade jetzt innovative neue Technologien an eurem Arbeitsplatz eingeführt werden und man eure volle Aufmerksamkeit dafür erwartet. Schaut doch mal, dass ihr Hilfe organisiert, sei es von Freunden, Nachbarn, anderen Familienmitgliedern oder vielleicht sogar professionell durch einen Pflegedienst, damit ihr euch entlasten könnt und den Kopf frei habt für wichtige berufliche Entwicklungen. Das gilt vor allem für die erste Monatshälfte. Unterstützt werdet ihr langfristig von den Erfolgsplaneten Saturn und Jupiter und es können auch neue Menschen in euer Leben treten, durch die sich die Dynamik in positiver Weise verändert. Richtig gut stehen die Sterne den ganzen Monat über für alle Schützen, die mit kreativen Partnern oder einem Netzwerk zusammenarbeiten. Vor allem bei Tätigkeiten, die mit Medien, Social Media, Schreiben und Kommunikation zu tun haben. In der Nacht zum 7. September ist Neumond in der Jungfrau und der aktiviert euer kosmisches Karrierehaus. Da geht es dann um berufliche Themen und Karriereentwicklungen, aber gegebenenfalls auch um eure Gesundheit. Da müsst ihr schauen, welches Thema gerade besonders wichtig ist. Dieser Neumond hat eine stark innovative Kraft. Es lohnt sich auf jeden Fall, euch für neue Möglichkeiten zu öffnen, sei es beruflicher oder technischer Natur oder auch für neue Heilmethoden. Es liegt jedoch eine gewisse Anspannung und Ungeduld in der Luft. Vielleicht solltet ihr euch gerade deshalb etwas Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken, welche wichtigen Themen jetzt für euch anstehen. Bis zum 10. September unterstützt euch dabei ein sehr günstiger Venus-Einfluss. Anschließend geht die Venus in den Skorpion und zieht sich etwas zurück. Es kann dann in der Liebe in den kommenden drei Wochen ruhiger werden. Möglicherweise fällt es euch dann nicht so leicht, eure Gefühle auszudrücken. Oder ihr schwärmt im Stillen für jemanden. Oder es entwickelt sich eine Liebschaft, die geheim bleiben muss. Denn dank Lilith und Mondknoten in eurem Partnerhaus sind weiterhin interessante Begegnungen möglich. Besonders, wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt. Also, euer soziales Leben bleibt auf jeden Fall interessant. Ab Mitte des Monats wird der Mars in der Waage nach einer stressigen Zeit für die nächsten sechs Wochen verträglicher zu eurer Sonne stehen. Vom 15. bis 26. September habt ihr eine produktive Phase, besonders für Projekte im Team oder mit Partnern aus eurem beruflichen Netzwerk. Auch mit ungewöhnlichen, neuen und inspirierenden Menschen zieht ihr dann an einem Strang. Ihr könnt mit Verbündeten verbindliche und tragfähige Absprachen treffen und die solltet ihr auch in der Zeit noch unterschreiben. Am 27. September wird nämlich der Merkur rückläufig. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die in der Familie für jemanden sorgen müssen, habt ihr in der zweiten Monatshälfte wieder mehr Zeit für Zuwendung, weil ihr euch beruflich auf Team und Kollegen verlassen könnt. Der Vollmond in der Nacht zum 21. September kann euch Erkenntnisse schenken, wie ihr angespannte Situationen zwischen Beruf und Privatleben in Zukunft handhaben wollt. Am 22. September abends um 21.21 Uhr ist Herbsttag und Nacht gleiche und die Sonne geht in die Waage. Sie aktiviert dann für die nächsten vier Wochen euer soziales Leben und eure Freundschaften. Falls ihr einen spannenden Flirt begonnen habt, solltet ihr die Person in den darauffolgenden Tagen einmal eurem Freundeskreis vorstellen. Das wird wahrscheinlich ein großer Erfolg. Nur heimliche Liebschaften müssen auch weiterhin erstmal geheim bleiben. Daran wird sich dann wahrscheinlich erst im Oktober etwas ändern. Beruflich halten eure Schaffenskraft und eure gute Teamphase noch weiter an. Dummerweise wird nur am 27. der Merkur rückläufig ebenfalls bei euch im Teambereich. Behaltet das bitte im Hinterkopf, falls Verzögerungen und Missverständnisse auftreten oder jemand seine Meinung ändert. Dann müsst ihr euch eben etwas mehr Zeit nehmen, Informationen genau überprüfen und nicht gleich ungeduldig werden. Dann kommt ihr damit auch gut klar. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch nochmal nachlesen, denn das Monatshoroskop gibt es als PDF-Dossier für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download und die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Der September hält starke berufliche Tendenzen für euch bereit und auch in der Liebe prickelt es zwischendurch gewaltig. Das gucken wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Spannende Entwicklungen zeichnen sich im September ab. Noch bis zur Monatsmitte hält die schwungvolle Phase an, in der ihr gern Pläne macht und auch bereits umsetzt. Einige von euch werden dabei wahrscheinlich auch unterwegs sein oder sich in Kursen und Fortbildungen engagieren. Auch die Sterne für Karriere und Finanzen sind stark angeregt. Vor allem zwischen dem 4. und 9. September deuten sich lukrative Entwicklungen an. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt und unter dem Einfluss von Machtplanet Pluto steht, müsst ihr allerdings aufpassen, nicht zu forsch aufzutreten. Vorgesetzte bzw. Geschäftspartner legen Wert auf einen höflichen Umgangston und möchten nicht das Gefühl haben, von euch unter Druck gesetzt zu werden. Aber mit Diplomatie und einer guten Strategie könnt ihr eine Menge erreichen und auch finanziell erfolgreich sein. Eure Intuition dafür, was Geschäftspartner oder Kundinnen wünschen, ist weiterhin ausgezeichnet. Wenn ihr festangestellt seid, gibt es im Kreise eurer Kolleginnen und Kollegen Leute, die äußerst empfindlich reagieren, wenn man ihre Grenzen überschreitet. Doch wenn ihr eure Teamfähigkeit aktiviert und mit den Beteiligten an einem Strang zieht, werdet ihr gute Ergebnisse erzielen. Gegebenenfalls müsst ihr auch Rücksicht auf euer Privatleben nehmen. Da scheint jemand Fürsorge zu brauchen und es müssen Entscheidungen getroffen zu werden, wie das organisiert werden kann. Vielleicht betrifft das auch euch selbst. Es kann durchaus sein, dass ihr trotz aller beruflichen Chancen auch für eure Gesundheit und Wohlbefinden sorgen müsst. Das zeigt die Position von Heiler Chiron. Der beeinflusst vor allem diejenigen von euch, die Anfang der zweiten Dekade Geburtstag haben. Die der dritten Dekade empfangen bis zum 8. September Superpower-Aspekte von Mars. Die sind wahrscheinlich unkaputtbar. Und welche Geburtstagskinder in welcher Dekade Geburtstag haben, das könnt ihr ab sofort in meinem neuen PDF-Produkt zu den Dekaden nachlesen. In der Nacht zum 7. September ist Neumond in der Jungfrau. Der ist wunderbar geeignet, um innovative Ideen und Energien in eure beruflichen Pläne und eure Persönlichkeitsentwicklung zu lenken oder um neue Projekte zu beginnen. Privat kann der Neumond euch auch eine neue Romanze bringen. Vielleicht mit jemandem aus einem fremden Kulturkreis oder ihr lernt jemanden auf einer Reise kennen. Entsprechende Wünsche und Ziele könnt ihr in euer Neumondritual einfließen lassen. Ab dem 10. September unterstützt die Venus für drei Wochen euer berufliches Netzwerk, aber auch privat euer Sozialleben. Gut möglich, dass eure Freunde dann Wert darauf legen, dass ihr euch mal wieder meldet. Das solltet ihr beachten. Eure Liebessterne stehen im September prickelnd und flirtfreudig, besonders in den ersten zehn Tagen. Gut möglich, dass ihr im beruflichen Zusammenhang jemandem begegnet. Auch Uranus als Planet des Internets steht günstig, um über Datingplattformen jemand Aufregendes kennenzulernen. Wenn ihr fest liiert seid, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr eurem Schatz genügend Aufmerksamkeit und Zuwendung schenkt. Es kann euch leicht passieren, dass ihr so mit euch selbst, eurer Karriere und der Familie beschäftigt seid, dass darunter die Zweisamkeit ein wenig leidet. Dem solltet ihr bewusst entgegensteuern. Die Monatsmitte bringt eine Energiewende. Der Mars geht in die Waage und bildet dann für sechs Wochen stressige Aspekte zur Steinbocksonne. Er aktiviert euer kosmisches Karrierehaus. Die beruflichen Anforderungen steigern sich und so auch euer Ehrgeiz. Bemüht euch weiterhin um eine gute Strategie und seid diplomatisch. Dann könnt ihr das Optimum aus den Konstellationen herausholen. Die nämlich stehen bis zum 26. September sehr gut für Teamarbeit und gemeinsames Vorankommen, wenn alle an einem Strang ziehen. Zu Vollmond in den Fischen in der Nacht zum 21. September seht ihr vielleicht schon die ersten Ergebnisse bezüglich der innovativen Pläne, die ihr zu Neumond gemacht habt. Ihr könnt den Vollmond gut nutzen, um nochmal über eure nächsten Schritte zu reflektieren. Falls ihr ein Ritual abhaltet, solltet ihr darum bitten, dass sich eure Pläne in Harmonie mit eurem Umfeld umsetzen lassen. Am 22. September um 21.21 Uhr ist Herbst Tag und Nacht gleiche und die Sonne geht in die Waage. Sie aktiviert dann für weitere vier Wochen euren kosmischen Karrierebereich und die starke Teamphase hält an, wenn ihr es schafft, Druck und Stress nicht auf andere zu übertragen. Falls ihr wichtige Vereinbarungen eintüten wollt oder etwas Neues beginnt, legt das bitte auf die Zeit bis zum 26. September. Am 27. wird nämlich der Merkur rückläufig und zwar bis zum 18. Oktober. Dabei trifft er sich mit dem aggressiven Mars und das Ganze in eurem Karrierebereich. Wahrscheinlich wird es so werden, dass ihr eine Menge geschafft bekommt, dass es aber sehr anstrengend für euch ist. Der rückläufige Merkur bringt eine erhöhte Neigung zu Missverständnissen, Informationsunsicherheit und Planänderungen. Deswegen nehmt euch mehr Zeit für eure Vorhaben und lasst Luft im Kalender, sodass ihr diesen Störungen mit mehr Gelassenheit begegnen könnt. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch nochmal als PDF nachlesen. Ich empfehle euch außerdem auch mein Dossier zur 90-Sekunden-Regel, die hilft bei stressigen Mars-Aspekten. Alle diese Dossiers gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download und das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Viel Verantwortung, aber auch kreatives und erotisches Vergnügen stehen für euch auf dem Programm. Gleich schauen wir in eure Konstellationen. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der September kann für euch ein spannender und kreativer Monat werden. Ihr habt ein tolles Manifestationsdreieck im Horoskop und zwar bis in den Oktober hinein. Das heißt, ihr könnt bei langfristigen Vorhaben und Projekten große Fortschritte machen. Kurzfristig habt ihr vom 4. bis 9. September einen günstigen Aspekt für Wertezuwachs. Das kann sich direkt durch eine finanzielle Zuwendung auswirken, vielleicht aber auch, indem ihr jetzt etwas lernt oder versteht, was längerfristig finanzielle Vorteile bringt. Das ist auch die beste Zeit des Monats für finanzielle Abschlüsse oder Verträge. Die solltet ihr in diese Tage oder zumindest in die erste Monatshälfte legen. Falls ihr therapeutisch oder mit Worten und Sprache arbeitet, wird der Monat ebenfalls sehr interessant. Ihr könnt viel mit euren Aussagen und Gedanken bewirken, deshalb wählt eure Worte sehr bewusst. In der Liebe läuft ein Highlight für euch bereits seit dem 16. August und das hält noch bis zum 10. September an. Ihr habt Lust, Zukunftspläne mit euren Herz allerliebsten zu machen. Falls ihr noch reisen wollt oder könnt, ist die erste Septemberhälfte dafür auch wunderbar, um dabei neue Leute kennenzulernen. Und wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr schöne Sachen zusammen unternehmen. Das stärkt eure Beziehung. Eines solltet ihr allerdings nicht tun, ums Geld streiten. Seid bitte ganz offen zu euren Beziehungspartnerinnen und Partnern über eure finanziellen Vorstellungen und Vorhaben und gebt keine größeren Beträge aus, ohne das abzusprechen. Auch bezüglich eurer beruflichen Finanzen gilt, falls ihr Finanzpartnerschaften oder Verträge habt, dass in der ersten Monatshälfte Unstimmigkeiten auftreten können, wenn der Eindruck entsteht, dass eine Partei etwas verheimlicht. Andererseits stehen die Sterne sehr günstig für klärende Gespräche. Der Neumond in der Nacht zum 7. September in der Jungfrau aktiviert den Bereich eurer Werte und eurer festen Beziehungen und bildet einen tollen Aspekt zu Innovationsplanet Uranus. Er hilft dabei, neue Entwicklungen in eurem Leben zu integrieren und solche Veränderungen haben häufig mit der Wohnsituation oder Familie zu tun. In der Neumond-Meditation könnt ihr diesbezüglich Wünsche wunderbar einfließen lassen. Zum Beispiel, wenn ihr eine neue Wohnung oder Haus finden wollt, wenn ihr etwas renovieren wollt oder falls ein Umzug ansteht. Ihr könnt aber auch generell darum bitten, dass neue Entwicklungen, die in eurem Leben anstehen, sich in Harmonie und mit Unterstützung aller Beteiligten jetzt umsetzen lassen. Die Familie kann sich nun erstaunlich aufgeschlossen zeigen, wenn es darum geht, einen neuen Weg einzuschlagen. Und das sind Impulse, die für die nächsten vier Wochen oder sogar zwölf Monate, nämlich bis zum nächsten Jungfrau Neumond, eine günstige Wirkung für euch entfalten können. Am 10. September spätabends geht die Venus in den Skorpion und aktiviert dann für drei Wochen euer Karrierehaus. Bildet aber in der zweiten Monatshälfte schwierige Aspekte, die zu finanziellen Verlusten führen können, wenn ihr nicht aufpasst. Die sind zwar nur kurzfristig, das heißt, ihr müsst darauf achten, dass ihr bei finanziellen Entscheidungen nicht zu spontan seid, sondern die Konsequenzen genau abwägt. Am 15. September haben wir eine wichtige Energiewende. Dann geht der Mars in die Waage und bildet für sechs Wochen günstige Aspekte zur Wassermannsonne. Er klingt sich dann auch ein in das Manifestationsdreieck, das euch bis zum 5. Oktober mit Schwung und Begeisterung versorgt. Das gilt übrigens auch für eure romantischen Tendenzen. Wenn ihr Single seid, könnt ihr eine heiße Affäre beginnen, die euch stark anregt und inspiriert. Es kann aber auch eine kreative Zusammenarbeit mit neuen Leuten sein, die euch begeistert. Der Vollmond in der Nacht zum 21. September in den Fischen kann eure Intuition dafür schärfen, wie sich die neuen Projekte entwickeln, die ihr zum Neumond begonnen habt. Am 22. September um 21.21 Uhr ist Herbst Tag und Nacht gleiche und die Sonne geht in die Waage. Sie bildet anschließend für vier Wochen vitalisierende und anregende Aspekte zur Wassermannsonne und verstärkt eure Freude daran, Herzensprojekte zu manifestieren. Am 27. September wird der Merkur rückläufig bis zum 18. Oktober. In der Zeit kann Sand ins Getriebe kommen. Es können sich Missverständnisse ergeben und Leute ändern ihre Meinung. Die weiteren Aspekte zeigen, dass die Menschen in der Kommunikation auch sehr empfindlich werden. Ihr dürft da nicht die Geduld verlieren, denn für euch stehen die Konstellationen weiterhin gut und deshalb habt ihr sicher öfter mal die Aufgabe, klärend und schlichtend einzugreifen. Oder auch ganz einfach eure Mitmenschen durch Humor und eine gute Perspektive von ihren Befindlichkeiten abzulenken. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop gibt es auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Ein Liebes-Highlight erwartet euch im September. Das und mehr gleich. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und meine PDF-Horoskope, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir in eure Konstellationen schauen. Partnerschaftsthemen sind bei euch stark angeregt und zwar sowohl neue Begegnungen als auch schöne Zeiten in eurer festen Beziehung. Sonne und Mars stehen in eurem Begegnungshaus und zeigen, dass da einiges los ist. Ihr trefft neue Leute, verstärkt wohl männliche Personen und die necken und sticheln möglicherweise an euch herum. In Wirklichkeit sind sie aber brennend an euch und eurem Charme interessiert. Feste Beziehungen und das Familienleben erhalten den gesamten Monat über sehr schöne Aspekte, die zugleich anregend und auch stabilisierend sind. Die Lilith steht ja in Spannung zu euch und zeigt gewisse Aufregungen für euch an und die haben meistens mit eurem Zuhause zu tun und dort mit weiblichen Figuren, also Töchtern, Mitbewohnerinnen, Partnerinnen. Dabei geht es wohl häufig darum, wer wie viel Freiraum bekommt und wer welche Aufgaben übernimmt. Jetzt im September könnt ihr da gut mit den Beteiligten an einem Strang ziehen, Fortschritte machen und Vereinbarungen treffen, die längerfristig für ein friedliches und stabiles Miteinander sorgen. Das kann dann auch damit zu tun haben, dass Geld hereinkommt oder dass ihr in Geldangelegenheiten einen guten gemeinsamen Weg findet. Dafür habt ihr besonders zwischen dem 4. und dem 9. September einen fabelhaften Aspekt. Noch ein Tipp, legt finanzielle Abschlüsse und Verträge möglichst in die erste Monatshälfte, auf jeden Fall aber vor den 26. September, denn anschließend wird der Merkur rückläufig. Der Neumond in der Nacht zum 7. September fällt bei euch in den Begegnungsbereich und scheint die Chancen auf spannende neue Begegnungen nochmal zu erhöhen. Ihr bekommt dann fabelhafte Impulse für euer Sozialleben, seien es Flirtmöglichkeiten für Singles oder ganz allgemein gute Kontakte, zum Beispiel weil ihr etwas Neues lernt oder nette Nachbarn oder auch kurze Reisen werden begünstigt, wie auch der Kontakt zu euren Geschwistern. Das sind alles Themen, die sich für eure Neumond-Meditation bzw. Ritual anbieten und ihr könnt euch aussuchen, was euch derzeit besonders wichtig ist. Auf jeden Fall ist eine Energie von Erneuerung darin. Deshalb solltet ihr den Fokus auf etwas legen, was ihr neu beginnen möchtet oder vielleicht auch eine alte Angelegenheit, in der ihr nun einen Schlussstrich ziehen und einen Neuanfang wagen wollt. Beachten müsst ihr, vor allem wenn ihr Anfang der dritten Dekade Geburtstag habt, dass der Einfluss von Neptun aktiviert wird und ihr vielleicht nicht immer die klarste Einschätzung habt. Andererseits ist das ein toller Aspekt für eure Fantasie und Vorstellungskraft und die wiederum unterstützt Rituale und Wunschmeditationen. Falls gemeinsame Finanzen ein Thema sind, sei es mit festen Beziehungspartnern oder auch Geschäftspartnern, kann das ebenfalls rund um den Neumond zum Thema werden. Solche Themen solltet ihr dann auch nicht verdrängen, denn die entsprechenden Konstellationen wiederholen sich im Oktober und dann kommt die Sache nochmal auf den Tisch. Heiler Chiron in eurem Geldhaus möchte, dass ihr euch darüber bewusst werdet, was ihr euch wert seid und gegebenenfalls auch, wie viel eure Arbeit wert ist. Am 10. September spätabends geht die Venus in den Skorpion und schenkt euch dann für drei Wochen eine verführerische und leidenschaftliche Energie. Anfangs gibt es noch ein paar schwierige Aspekte, bei denen es auch wieder um Geldthemen gehen kann. Möglicherweise gar nicht so sehr in eurem Leben, aber vielleicht in dem anderer Menschen, die euch wichtig sind. Ab dem 19. September kann dann euer Liebeshighlight beginnen. Das ist eine schöne und intensive Phase mit großen Liebesgefühlen. Wunderbar, um mit eurem Schatz Zeit an einem romantischen Ort, besonders an einem Gewässer zu verbringen. Singles, die auf Reisen oder im Ausland sind, können nun inspirierende und interessante Menschen kennenlernen. Daraus können sich Freundschaften oder eine Liebe entwickeln. Das alles kann recht überraschend oder plötzlich geschehen, hat aber dennoch das Potenzial, auch längerfristig Bedeutung in eurem Leben zu erhalten. In diese Phase fällt dann auch der Vollmond in der Jungfrau in der Nacht zum 21. September. Der ist für euch sehr schön, weil er auf eure Beziehungsachse fällt und ausgesprochen romantisch wirkt. Am 22. September um 21.21 Uhr ist dieses Jahr Herbst Tag und Nacht gleiche und das bedeutet, die Sonne geht in die Waage. Sie aktiviert dann für vier Wochen alle Themen, die mit Bindungen zu tun haben. Sei es, dass ihr euch in einer Beziehung tiefer einlassen wollt oder auch auf eine finanzielle Bindung. Zum Monatsende kann es in dieser Hinsicht auch zu Anspannungen kommen, vor allem ab dem 27., wenn der Merkur rückläufig wird. Das dauert dann bis zum 18. Oktober und in der Zeit kann es bei Absprachen zu Missverständnissen kommen oder jemand kann seine Meinung ändern. Streitet euch dann bitte nicht, nur weil irgendwelche Informationen noch gefehlt haben. Davon abgesehen klingt der Monat aber mit sehr schönen Romantikaspekten aus. Das waren eure Tendenzen im September und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier zum Monatsroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download und den Link dazu setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Und hier kommt für euch das Service-Teil mit Neuigkeiten und Terminen. Die wichtigste Neuigkeit ist mein neuer Kurs im Oktober, November. Endlich gebe ich wieder Astrologie-Kurse. Und zwar ergänzend zu dem erfolgreichen Anfängerkurs von Christoph Niederwieser. An dem haben ja auch viele von euch bereits teilgenommen. Und dann werde ich das Thema Aspekte und Transite unterrichten. Das ist super wichtig, denn es eröffnet euch den Zugang zur Welt der Partnerschaftsastrologie und der Prognose. Für den Kurs sind insgesamt neun Abende im Oktober und November geplant. Die Kursgebühr beträgt 390 Euro inklusive ausführliches Kursmaterial. Und jetzt kommt's, wenn ihr den Kurs bis zum 30. September bucht, erhaltet ihr einen super Rabatt von 60 Euro. Die Infokarte hier und natürlich auch ein Link in der Videobeschreibung führen euch direkt zur Reservierung eures Kurses und noch mehr Infos mit den genauen Terminen. Ich freue mich schon riesig drauf. Falls ihr Beratungsbedarf habt, findet ihr auf meiner Homepage alle meine persönlichen Angebote an Beratungen oder schriftlichen PDF-Horoskopen, die auf der Basis eurer Geburtsdaten erstellt werden. Und auf die schriftliche Jahresvorschau für die kommenden zwölf Monate ab eurer Buchung gibt es bis Ende August auch noch 40 Prozent Rabatt. Den könnt ihr euch dann bis dahin noch sichern. Den Link zu meiner Beratungsseite gibt es hier auf der Infokarte und außerdem auch in allen Einzelheiten unten in der Videobeschreibung im Horoskope-Shop. Und auf die schriftliche Jahresvorschau für die kommenden zwölf Monate ab eurer Buchung gibt es bis Ende August auch noch 40 Prozent Rabatt. Den könnt ihr euch bis dahin noch sichern. Meinen Service zu den Sternzeichenhoroskopen als PDF habe ich ja schon erwähnt. Zusätzlich findet ihr auch Dossiers mit Inspirationen für euer persönliches Neumond- oder Vollmondritual, mit der 90-Sekunden-Regel und das Special über Lilith in den Zwillingen als PDF. Und ganz neu ist jetzt mein Service mit der Dekadengeburtstagsliste. In meinen Videos rede ich ja immer mal davon, dass ein Planet aktuell durch eine bestimmte Dekade wandert oder dass in einem Sternzeichen eine Dekade besonders von einem Aspekt betroffen ist. Auf vielfachen Wunsch habe ich jetzt einen PDF für euch erstellt. Da könnt ihr nachschauen, in welche Dekade eures Sternzeichens euer Geburtstag fällt. Alle Serviceprodukte könnt ihr für eine kleine Gebühr als PDF herunterladen und die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch wieder einen Livestream für euch geplant und zwar am 31. August. Da machen wir dann schon mal eine Vorschau auf den tollen Neumond am 7. September. Und dann gibt es auch wieder einen Livestream zur Herbsttag- und Nachtgleiche und zu Vollmond. Den Termin gebe ich euch noch rechtzeitig bekannt. In meinen Livestreams gibt es ja auch immer ein Gewinnspiel und wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr euch vorher über meine Homepage anmelden. Auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung und da gibt es ja diesmal die schriftliche Jahresvorschau zu gewinnen, ganz individuell auf Basis eurer Geburtsdaten für die nächsten zwölf Monate gedeutet. Falls ihr bereits eine Jahresvorschau in der Rabattaktion bestellt habt, kann ich euren Gewinn auch in ein Partnerhoroskop oder eine Jahresvorschau für eine andere Person umwandeln. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet ihr mir bitte hier einen netten und konstruktiven Kommentar, zum Beispiel wie meine Vorhersagen für euch passen. Und schreibt mir bitte auch dazu, welches Sternzeichen ihr seid. Und falls noch nicht geschehen, abonniert bitte meinen Kanal. Das hat auch den Vorteil, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder live streame. Wer gewonnen hat, gebe ich im Monatsvideo für den Oktober bekannt und das geht um den 20. September rum online. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Schaut doch außerdem noch in mein Video-Special über Lilith in den Zwillingen, ebenso auch mein Video zur Luftepoche mit Christoph Niederwieser. Und mehr über die wichtigen Sonnenwendpunkte des Jahreskreises erfahrt ihr im Video der Kalender und die Sternzeichen. Alles Gute mit den Sternen!